Thema dieses Videos ist die unmittelbare Nachkriegszeit im besiegten Deutschland, die Alltagsprobleme der Deutschen, der Umgang mit den NS-Verbrechen und die Frage, ob der Begriff der Stunde Null für diese Zeit angemessen ist oder nicht. Mit der Verwendung des Begriffs Stunde Null soll ausgedrückt werden, dass mit dem vollständigen Zusammenbruch des NS-Staates und der Besatzung durch die Alliierten mit dem 8. Mai 1945 ein Umbruch stattgefunden hat, der einen völligen Neuanfang ermöglichte. Und auf den ersten Blick scheint der Begriff die Lage direkt nach Kriegsende ganz gut zu beschreiben. Viele Zeitgenossen beschreiben eindrücklich die ungewohnte Stille nach dem Schweigen der Waffen und das Gefühl, dass jetzt ein ganz neuer Zeitabschnitt beginnt. Und tatsächlich haben sich bestimmte Dinge grundsätzlich verändert. Die Herrschaft der Nazis über Europa, aber auch über Deutschland war beendet. Die verfolgten Menschen in den Verstecken, die Zwangsarbeiter, die Insassen der Konservationslager, die Kriegsgefangenen, die Emigranten, die ins Ausland geflohen waren, konnten sich nun wieder an die Öffentlichkeit wagen, von einer Rückkehr nach Deutschland oder nach Hause träumen. Und viele Menschen im Nachkriegs Deutschland haben auch tatsächlich wieder bei Null angefangen. Die Zerstörung in den Großstädten, der fehlende Wohnraum, die zusammengebrochene Wirtschaft und die katastrophale Versorgungslage sprechen dafür, aber auch die Schicksale der bis zu 12 Millionen Deutschen, die durch Flucht und Vertreibung aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten ins zerstörte Deutschland strömten. Auch die Lebensrealität der Familien der im Krieg gefallenen Soldaten und der bis zu 11 Millionen Soldaten, die sich in alliierter Gefangenschaft befanden, mussten neu anfangen. Das sind alles Punkte, die dafür sprechen, dass es tatsächlich einen Neubeginn gab und der Begriff Stunde Null angebracht ist. Allerdings gibt es auch viele Argumente, die dafür sprechen, den Begriff Stunde Null abzulehnen. So suggeriert der Begriff einen quasi unbelasteten Neuanfang, den es nach den Zerstörungen des Weltkriegs und den Verbrechen der Nazis praktisch nicht geben konnte. Die Verbrechen des NS-Regimes lagen nun offen vor den Augen der Weltöffentlichkeit. Die alliierten Truppen zwangen vielfach die Anwohner der Konzentrationslager, aber auch kriegsgefangene Soldaten und andere Deutsche, sich bei geführten Rundgängen durch die Lager- oder Filmvorführungen den von Deutschen begangenen Verbrechen zu stellen. Auch die strafrechtliche Auseinandersetzung mit den NS-Verbrechen begann bereits im November 1945 mit den Nürnberger Prozessen gegen die Hauptkriegsverbrecher. In diesen Prozessen wurde von einem alliierten Gericht ein neues Recht geschaffen und Recht gesprochen. Führende Repräsentanten des NS-Regimes und der NS-Organisationen wurden zum Tode oder langen Haftstrafen verurteilt. Viele Deutsche haben diese Prozesse als Siegerjustiz abgelehnt. Für die Alliierten hat sich außerhalb die Frage gestellt, wie man nun weiter mit einer Bevölkerung verfahren sollte, die sich bis zum bitteren Ende eben nicht gegen das NS-Regime erhoben, sondern ihm die Treue gehalten hat. Was sollte denn mit den Mitläufern und den kleinen Nazis geschehen? Wie sollte man mit den ehemaligen Staatsbediensteten, den Ärzten, Richtern, Lehrern des NS-Staates, die man für ein funktionierendes öffentliches Leben eigentlich brauchte, umgehen? Auf diese Frage sollten in Ost und West sehr unterschiedliche Antworten gefunden werden. Als weiteres Argument für die Ablindung des Begriffs wird oft angeführt, dass die Verwendung des Begriffs eine Verengung auf Deutschland beinhalte, was die Situation in anderen Ländern außer Acht lasse. Abgesehen von der Verwendung des Begriffs Stunde Null lässt sich festhalten, dass der 8. Mai 1945 vielerlei verschiedene Bedeutungen für die verschiedenen Menschen in Deutschland und in Europa hatte. Für die alliierten Soldaten war es ein Tag des Sieges, für die befreiten Insassen der Lage ein Tag der Befreiung und für die Soldaten der Wehrmacht wohl ein Tag der Niederlage. Die Bewertung dieses Tages hängt von der Perspektive des Betrachters ab, auch von der zeitlichen. In seiner Rede am 8. Mai 1985 hat der damalige Bundespräsident Richard von Weizsäcker von der CDU mit 40 Jahren Abstand die Bedeutung des Tages aus Sicht der Deutschen wie folgt beschrieben. Zitat, Der 8. Mai 1945 ist ein Tag der Befreiung. Er hat uns alle befreit von dem menschenverachtenden System der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft. Zitat Ende. Den Link zu der Rede findet ihr in der Beschreibung des Videos. Es lohnt sich, sich mit den Worten von Weizsäckers auseinanderzusetzen. Weitere Informationen zur Stunde Null beziehungsweise zur Situation in der unmittelbaren Nachkriegszeit findet ihr im Kursbuch Geschichte auf Seite 45 bis 47 oder im Stark-Abiturtraining auf den Seiten 12 bis 26. Beziehungsweise zur Seite 45 bis 48 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 bis 48